Moin Leute und Damen, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Übersichtsvideo von dieser Woche von der Rhein-Ruhr-Map. Ja, wir starten hier in Hattingen, da habe ich dann noch die kommende Woche vor, das Ganze hier mal auszudekorieren, damit wir mal die Ruhrtalbahn zumindest mal Richtung Hattingen abschließen. Ja, was ich euch bereits gezeigt habe, ist natürlich hier die Ruhrtalbahn, da habe ich dann jetzt im Stream hier die Industriegebäude, ein paar Autos, Parkplätze hier geschaffen und ein bisschen ausdekoriert mit den Bäumen und ich muss ja wirklich sagen, die Mitfahrt sieht schon mal sehr gut aus, als mir gefällt sie. Im Stream wurde sie auch gut angenommen, also dieser Teil gefällt mir wirklich schon sehr gut. Hier ist noch frei, weil hier eine Brücke hinkommt, da wollte ich noch keine Bäume hin platzieren, weil ich da hier diese Straße erst hier oben drüber führen möchte und dann wird natürlich auch noch hier Bahnhof Hattingen ausdekoriert, das heißt hier kommen Parkplätze hin. Hier kommen jede Menge Bahnhofsassets hin und natürlich werden hier auch noch ein paar Güterwagen abgestellt und dann wäre zumindest mal bis Hattingen alles fertig. So, ich bin gerade dann auch noch mit Snowball am reden und zwar möchte ich gerne die von der Map generierten Flüsse kleiner machen und da habe ich ihn gefragt, ob das überhaupt möglich wäre. Er hat das nicht beneint und ich möchte da gerne dann mit ihm die kommenden Tage mal drüber reden, ob man das wirklich realisieren kann, weil mir sind diese Brücken einfach viel, viel zu lang. Das stimmt überhaupt nicht zur Realität. Also die Brücke wäre etwa, ist etwas so lang wie eine S-Bahn. Also da merkt man dann mal die Dimensionen von den Flüssen, dass die extrem falsch sind. Auch hier, diese Brücke ist normalerweise 100 Meter, wenn überhaupt. Und die ist jetzt 300 Meter lang. Also das sind wirklich falsche Dimensionen. Das ist mir noch wirklich ein Dorn im Auge, wo ich sage, okay, das gefällt mir noch nicht so. Da möchte ich dann gerne noch mit Snowball drüber reden. Vielleicht kommt da dann auch ein Mod raus. Gut, wie gesagt, hier die Industriegebäude gesetzt, ein paar Assets, hier alle schön begrünt. Hier habe ich die kleine Industrie hingebaut mit ein paar Häusern. Hier kommen dann auch noch ein paar Häuser und Wald hin. Hier kommt auch noch eine kleine Industrie hin. Und dann sehen wir hier den Tunnel mit der Brücke oben drüber, mit der Kölster oder Kolster... Kloster? Klosterbrücke. Entschuldigung, Klosterbrücke. Genau, da hat Vanessa gestern noch danach gefragt. Dann habe ich hier den ganzen Bereich ausdekoriert. Wir haben hier den Bahnsteig Blankensteinburg mit dem einen Häuschen hier. Das habe ich natürlich auch alles schön platziert. Dann haben wir hier ein kleines Feld. Hier haben wir einen kleinen See. Hier natürlich die Recyclingfirma habe ich voll, ja, fast fertig gemacht. Hier kommt dann noch ein paar Assets hin, ein paar Fahrzeuge und alles mögliche. Und wie gesagt, hier ringsherum um die Schienen alles begrünt, dass es auch wirklich nach einer stillgelegten Trasse aussieht. Wie gesagt, die Anregungen im Stream waren auf jeden Fall sehr positiv. Das freut mich natürlich drüber, weil jetzt kommen wir jetzt so langsam in die Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich bin mit dem Schienenbau fertig und möchte das Ganze dann natürlich auch ausdekorieren. Es haben sich auch einige gefreut, dass jetzt nicht nur Gleisbaufieber mehr kommt, sondern dann auch wirklich ausdekorieren. Ich habe im Grunde fast den ganzen Stream nichts anderes gemacht. Ja, das ist auch wirklich Abwechslung, finde ich. Dann hier oben habe ich schon weitergebaut, hier die Autobahnbrücke mit Herbete, mit der Ortschaft Herbete wird dann hier noch hingebaut. Da ist mir dann so langsam die Luft im Stream ausgegangen, wo ich dann gesagt habe, dass wir zu einem anderen Projekt gehen und zwar zu dem Neusser Hafenbereich, das ein Wunsch von Yoshi war. So sieht das Ganze mal von oben aus. Ihr seht noch nicht viel. Ich zoome mal ein bisschen rein. Da fangen wir hier rechts an mit dem Güterterminal. Da habe ich dann einfach ein paar Züge, ein paar Rangierzüge auch abgestellt. Natürlich die ganzen Container dürfen nicht fehlen. Containerbrücken, hier die Verladung von den Schiffen. Da muss ich noch gucken, ob es irgendwie Schiffe als Asset gibt. Und hier natürlich die ganzen Strecken neu gemacht. Was mich ein bisschen geärgert hat, ich habe hier die Hauptstrecke zwischen Düsseldorf und Neuss etwas hochsetzen müssen. Das heißt, ich habe den kompletten Trassenbau hier erneuern müssen. Das hat mich auch ein, zwei Stunden gekostet, weil das natürlich eins zu eins sein musste. Weil hier noch die Schiene unten drunter kommt. Ich hatte ein Problem, dass ich, dass ich, dass diese Schienen hier oben zu tief sind. Das heißt, es wurde keine, es wurde keine Brücke generiert und alles Mögliche so weiter. Da hat es halt ein bisschen gestockt dann bei mir. Hier mache ich mal kurz diesen hier. Und wie ihr seht, hier sind auch funktionale Straßen drin. Das heißt, hier wird auch später der ein oder andere Container-Lkw fahren. Das ist natürlich selbstverständlich. Dann geht es hier noch weiter. Der nächste Hafenbereich. Ich habe hier ein paar Hafenbecken ausgelassen. Leider nur nicht ausdekoriert. Das wird dann im Laufe der Woche dann passieren, wo ihr dann höchstwahrscheinlich dann nächste Woche das ausdekorierte Hafenbereichbecken sehen würdet. Die Joschi ist im Grunde sehr zufrieden. Ich habe seinen Wunsch realisiert. Auch hier das mit dem Güter-Terminal gefällt ihm sehr gut. Mal schauen, wie ich das hier alles mache. Hier ist eine riesen Autofirma. Das heißt, der ganze Platz hier wird ein bisschen dauern, weil ich muss hier Parkplätze schaffen, die, also ich sage jetzt mal, von den Dimensionen her so groß sind. Da muss ich lauter Autos drauf platzieren. Das könnte ein bisschen dauern. Und bis ich dann auch die richtigen, ich habe schon festgestellt, also so alles, was mit Schienen zu tun hat, da finde ich mich so langsam zurecht. Aber die ganzen Assets, damit ich jetzt weiß, wo jetzt welches Asset drin ist, das weiß ich einfach noch nicht. Das wäre das kleine Übersichtsvideo. Ich habe hier auch noch ein neues Güterbahnhof, ein paar Züge abgestellt. Und zum Abschluss würde ich euch dann doch nochmal mit auf die Ruhrtalbahn nehmen. Einfach mal eine kleine Führerstandsmitfahrt zwischen dem Bereich von Hattingen bis Herbeede hoch, damit ihr mal einen kleinen Einblick seht, wie das Ganze dann ausdekoriert aussieht. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, falls ihr jetzt abschaltet. Und wir sehen uns im nächsten Übersichtsvideo. Bleibt dran für die Führerstandsmitfahrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.